Polizeiberichte Berlin 22. Juli 2024 Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht, Radfahrer mit Kopfverletzung im Krankenhaus Polizeimeldung vom 22.07.2024 Charlottenburg-Wilmersdorf Nummer 1532 Gestern Nachmittag zog sich ein Radfahrer in Wilmersdorf bei einem Verkehrsunfall erhebliche Verletzungen zu. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand fuhr der 20-Jährige gegen 16.45 Uhr mit einem E-Bike vom Gehweg der Rudolstädter Straße in den Fließverkehr auf die Fahrbahn. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einem 62-Jährigen in Richtung Hohenzollern-Damm gesteuert wurde. Der Radfahrer, der ohne Helm unterwegs war, erlitt neben inneren Verletzungen auch eine Schädelfraktur. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer soll unter Alkoholeinfluss gestanden haben und musste sich in einem Polizeigewahrsam eine Blutentnahme unterziehen. Für die Unfallaufnahme musste die Rudolstädter Straße zwischen Hohenzollern-Damm und Warnechstraße von ca. 17 Uhr bis ca. 19.45 Uhr vollständig gesperrt werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2, West Polizei Berlin Pressearbeit Platz der Luftbrücke 612.101 Berlin Tel.doppelpunkt und NBSP 030-4664-900-2090 E-Mail E-Mail an pressestelle-at-polizei.berlin.de Bericht Feuer in Mehrfamilienhaus, mutmaßliche Brandstifterin flüchtig Polizeimeldung vom 22.07.2024 Mitte Nummer 1533 Nach bisherigen Erkenntnissen hat eine Frau gestern einen Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Wedding gelegt. Gegen 12.30 Uhr riefen Anwohner Polizei und Feuerwehr in die Liebenwalder Straße, nachdem sie Brandgeruch wahrgenommen hatten. Da in der betreffenden Wohnung niemand öffnete, verschafften sich die Polizeikräfte gewaltsam Zutritt. Eine Einsatzkraft musste sich anschließend mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ambulante ärztliche Behandlung begeben. Brandbekämpfer der Berliner Feuerwehr löschten das Feuer, bevor es auf weitere Wohnungen übergreifen konnte. Die Hausbewohner mussten zeitweise evakuiert werden. Der 40-jährige Hauptmieter der Brandwohnung erschien am Ort und berichtete, dass er zuvor in seiner Wohnung Besuch empfangen hatte. Unter den Gästen befand sich eine 23-jährige Frau, die nach bisherigen Erkenntnissen verdächtigt wird, den Brand gelegt zu haben, nachdem der Hauptmieter und andere Gäste zeitweilig die Wohnung verlassen hatten. Die Frau soll geflüchtet sein. Nach ihr fahndet nun das ermittlungsführende Brandkommissariat des Landeskriminalamtes. Polizei Berlin Pressearbeit Platz der Luftbrücke 612.101 Berlin Tel.doppelpunkt und NBSP 030 4664-900-2090 E-Mail E-Mail an pressestelle at polizei.berlin.de Bericht Verdacht eines Tötungsdelikts Zeuginnen und Zeugen gesucht Polizeimeldung vom 22.07.2024 Neukölln Birgit Angelika Keller Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin Nummer 1534 Die Polizei Berlin sucht Zeuginnen und Zeugen zu einem Tötungsdelikt. Die 69-jährige Birgit Angelika Keller wurde zwischen Mittwoch, den 17. Juli 2024, ca. 21 Uhr, und Donnerstag, den 18. Juli 2024, ca. 7 Uhr, in ihrem Haus in der Pinch-Allee in Berlin-Britz getötet. Die Frau hatte zwei Hunde, mit denen sie täglich unterwegs war. Die siebte Mordkommission des Landeskriminalamtes fragt. Wer hat im genannten Tatzeitraum oder davor und danach im Bereich des Tatorts Auffälliges beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben, die im Zusammenhang mit der getöteten Frau Keller oder der Tat stehen? Wer kann Angaben machen, die zur Namhaftmachung des der Tatverdächtigen führen können? Hunde der getöteten Frau Hinweise richten Sie bitte an die siebte Mordkommission des Landeskriminalamtes in der Kiesstraße 30 in Tiergarten unter der Rufnummer 030-4664-911777 oder per E-Mail, an die Internetwache der Polizei Berlin oder auch an jede andere Polizeidienststelle. Erstmeldung Nummer 1518 vom 20. Juli 2024, Verdacht eines Tötungsdelikts, siebter Mordkommission ermittelt. Nach dem Tod einer 69-Jährigen in Britz liegen nunmehr Anhalte dafür vor, dass sie Opfer eines Tötungsdelikts wurde. Diese Erkenntnisse brachte eine gestern durchgeführte Obduktion. Die Frau wurde zunächst am vergangenen Donnerstag tot in ihrem Haus in der Pinch-Allee aufgefunden. Die siebte Mordkommission hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen. Polizei Berlin Pressearbeit Platz der Luftbrücke 612.101 Berlin Tel.doppelpunkt und NBSP 030-4664-900-2090 E-Mail-E-Mail an pressestelle-at-polizei.berlin.de Bericht Versuchte Brandstiftung in einer Justizvollzugsanstalt Polizeimeldung vom 22.07.2024 Reinickendorf Nummer 1535 In der vergangenen Nacht kam es zu einer versuchten Brandstiftung auf dem Gelände einer Justizvollzugsanstalt im Kiefheiderweg in Heiligensee. Den bisherigen Ermittlungen zufolge bemerkte ein Justizvollzugsbeamter kurz nach Mitternacht einen entzündeten selbstgebauten Brandsatz am Boden einer Auffahrt. Beamte der Justizvollzugsanstalt konnten das Feuer unmittelbar löschen, bevor es auf weitere Bereiche übergreifen konnte. Zu keinem Zeitpunkt bestand Gefahr für die Insassen oder Bediensteten. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen. Polizei Berlin Pressearbeit Platz der Luftbrücke 612.101 Berlin Tel.doppelpunkt und NBSP 030-4664-900-2090 E-Mail-E-Mail an pressestelle-at-polizei.berlin.de 5. 13. 14. 14. 15. 15. 15. 15. 16.